servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas kurzes neues intro weil ich denke nach den ersten drei trails spätestens waren break und deshalb jetzt neues video es geht jetzt für euch hoch zur heiteralm und ihr seht jetzt gleich meine heiteralm abfahrt ich gebe euch aber vorher jetzt schon mal ein kleines fazit es war eine komplette katastrophe so die wurzeln waren alle ultra rutschig ich war ultra mittagstief musste oben auch irgendwie 20 minuten länger warten als ich eigentlich wollte weil die station freigegeben war weil ich halt ganz schnell mittagspause gemacht habe aber naja egal ich fahr gerade hoch zur letzten stage für euch ihr seht jetzt aber heiteralm und den golf trail heißt er glaube ich also stage 5 4 und 5 genau und im nächsten video gibt es dann denke ich stage 6 noch mal schauen aber ich würde sagen morgen ist ja auf jeden fall auch noch ein tag das heißt gibt paar videos für euch ich hoffe euch gefällt es und wir sehen uns dann aber jetzt viel spaß mit dem video let's go danke Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Fahrrader! Okay. 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 Come on. Come on. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, fuck 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 Sorry und danke Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ufff! 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 Das ist ein Auto! Kann gehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, je... Untertitelung des ZDF, 2020 ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020